Ich finde, so ist nicht schlecht. Und ich sehe gerade ungefähr, jetzt müsste wahrscheinlich diese Folge fertig sein. Von daher kann ich ja kurz eine Pause machen. Und dann werden wir wahrscheinlich jetzt wieder da sein. Ich kann natürlich nicht immer auf die Uhr gucken, ist klar. So, dann brauche ich mal Kürbisse. Habe ich die jetzt hier oder noch eins drunter? Ich glaube, drunter. Die müssen hier irgendwo sein. Kürbisse hier. Dann haben wir hier schon welche mit Laternen, beziehungsweise mit Fackeln drin. So. Das sind die, die schon beleuchtet sind. Dann brauchen wir natürlich... Oh, ich habe kein... Ich habe natürlich keine Kohle. Ich bin der Ole ohne Kohle. Wo haben wir denn die Kohle? Hier haben wir die Kohle. Wir haben Kohle. Wir haben Kohle. Mehr als der Ole. Ohne Kohle. Ja genau, wir machen Fackel mit Fackel. Na, was mache ich denn hier? Das will ich. So. Dann gucken wir mal. Wie wollen wir denn das hier ganz... Wie wollen wir das hier einbauen? Wie wäre es denn mit irgendwie so einer Art Säule? Ich könnte mir da sowas vorstellen. Wir machen mal vier. Eins, zwei, drei, vier. Bei jedem fünften, ne? Drei, drei, vier. Dann wäre das hier... Ja, super. Super. Das ist ja ganz toll. Da müssen wir was überleschen. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Die, 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 die. Dann könnten wir das eben so machen. So. Das ist natürlich nicht so ideal. Naja, was soll's. Müssen wir halt ein bisschen improvisieren. Das kommt hier hin. So. Das war, glaube ich, jetzt zu hoch, ne? Ja. Das war zu hoch. Vielleicht mache ich die Säulen dann sogar bis ganz oben. Aber die Idee wäre ja erst mal hier so. Die, 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 die. So. Hier müsste gehen, ne? Nochmal gucken. Hier wäre... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hm. Doch. Mist. Dann wäre erst hier wieder. Das ist ja auch doof. Hier haben wir auch wieder ein Problem. Nee. Passt. Wie sieht's hier aus? Aua. So. 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 Dann wäre er hier wieder. Ich weiß nicht so genau, tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen leise bin, aber ich bin gerade am überlegen, ob das irgendwie so das Richtige ist. Da fällt dann auch auf, dass da diese Größe nicht so ganz perfekt stimmt. Naja, was soll's, es ist ja bei mir immer so. Ich überlege, ob ich die noch weiter ziehen soll. Aua. So, hier geht ja dann nicht. Da müsste ich dann so noch auffüllen. Ja, Mist. Das ist ein Mist. Das ist ein Mist. So, draußen ist es wieder dunkel geworden. Das ist auch ein Mist. So. Vielleicht so. Komme ich da rüber? Ja, komisch. So, und dann habe ich mir überlegt. So. Dasselbe natürlich drüben auch. Ich muss eins hoch, ist besser. Sollen die Zombies doch draußen eine Party feiern? So. Und im Prinzip, ne? Im Prinzip. Haben wir uns alle lieb. Im Prinzip könnte man ja theoretisch... Ja, das Doof ist dann hinten, ne? Hinten ist das ein bisschen mühsam. Aber nehmen wir mal an, wir würden bei jedem zweiten... So ein Ding, die wir machen. Also das wird dann natürlich noch zugedeckt, wie immer bei mir, ne? Ihr kennt das ja mittlerweile. Dass ich das mag. Natürlich dann auch bei den Kürbissen, bei den Säulen, ne? Didi, 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 didi. hier. Aber das muss halt schon gut ausgeleuchtet sein. Sonst haben wir dann hier drinnen Probleme und ich möchte nicht so viele Fackeln hier rum stehen haben. So, wie weit haben wir denn da jetzt gemacht? Das kann noch mal 1, 2, 3, 4, 5, noch mal 5 hoch. Das ist ja 1, 2 Kann das sein? Nee. Wie viel haben wir denn insgesamt? Ach du Scheiße. Das meinte ich. Nein! Nein, du kleiner Drecksack. Mist. Ah, Mist. Warum ist denn hier gespawnt? Das gibt's doch nicht. Na toll. Ich hänge fest. Mist. Oh Mann. Ah, das ist doch doof. Wo ist denn der gespawnt? Mist, 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 Mist. Das ist so ein Mist. 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 Hier müsste doch eigentlich jetzt genug ausgeleuchtet sein. Ah, Mist. Ich hab natürlich das Holz nicht. Ah, dieser blöde Krimper, ne? Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Hm. Das ist ärgerlich. Die, 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 die. Naja, was soll's. Und wie als hätten wir es geplant, haben wir genau das Material, ne? Ach so, da kommt noch ein Einzelner hin, der fehlt uns natürlich. Oh Mann. Das ist ärgerlich. Wir haben hier noch von dem Holz, was ist das überhaupt für Holz, ist das Birken, das ist es nicht, ne? Ist es denn das hier vielleicht? Ich hoffe es. Ach so, das sind ja, ah, das sind ja, das sind ja, wir brauchen ja die Stämme. Und draußen ist, glaub ich, schon wieder, ja, es ist schon wieder regnerisch und da ist ein Creeper und, äh, das ist gerade ein bisschen ätzend. Ist das gerade ein bisschen ärgerlich gewesen. Also, ähm, so, ich hoffe, das reicht. So, haben wir wieder alles, ne? Dann fehlen uns jetzt noch, äh, die Dinger da. Ah, dieser blöde Creeper, ne? Das ärgert mich jetzt wirklich, wirklich. Wir sollten vielleicht hart futtern. So. So war dat, ne? Jo. So, wie weit sind wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben insgesamt, ne? Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das müssten ja vier sein. Vier, fünf, sechs, sieben, vier, fünf, sechs, sieben, vier, fünf, sechs, sieben. Eieieieiei, vier, 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 komm ich, ich komm nicht hin. So, eigentlich müsste ich hier oben sein, egal. Ich mach das jetzt so. Also, vier, fünf, sechs, sieben, vier, fünf, sechs, sieben. Jetzt brauchen wir ja, bei dem hier, kommt nochmal so einer hin. So. So. Jetzt die Kürbis ja mal da in die Nähe machen. Und mir schläft gerade die Hand ein. Deswegen hab ich jetzt wahrscheinlich die, äh, Dinge mal, Dinge mal, Dinge mal, Dinge mal, nach unten geschmissen. Das doof ist natürlich, wenn ich so baue, ne? Dann bin ich natürlich nicht sehr gesprächig, weil ich mich dann immer konzentrieren muss, dass ich keinen Fehler mache. Na ja, da tut mir leid, ne? Da tut mir leid. So. Jetzt guck ich mal unten. Ich glaube, das mit den Kürbissen mach ich hier auch. Das doof ist nur... ...dass das hier nicht so gut geht. Weil wenn ich das hier mache, dann ist das hier drin. Ja gut, ich kann die Dinge ja trotzdem hier machen. So ein geiler Bug, das gerade war. Mal gucken, wie das aussieht. Oh, hier fehlt noch was. Ich dachte gerade hier irgendwie, warum komme ich hier nicht weiter? Habe ich mich schon dran gewöhnt? Da war auch der Creepermann noch schuld. Was war denn das gerade? Ich sehe hier irgendwie nur noch Bugs, ne? Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017